hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play trust and betrayal minecraft gestrandet season 2 bei mir ist der karten hallo der maru und der dar kann und wir sind gerade unterwegs und immer noch die besten hier keiner von euch hat einen blauen namen baden bist du das der enderman warte mal ist kaffee server der blauen namen hat das andere frage ich meine aber dann blauen namen wir müssen noch zu bauen war er ja wir sammeln da gerade ist das irgendwie ersichtlich ob du so viel mehr vorst du doch nicht anbuddeln brauchen wir noch mehr holz ich hätte das kein boot hast wie bitte hast du auch gut oder ist ein anderes holz gut auch gut also schlecht dass die mini ist auch so gut ja das ding ist ja so gut immer das geht auf ist ja das ist doch ihr unser portal die aussage ist damit ein raum sicher ist muss es von außen sichtlich sein dass es war sie nicht dann setzen wir an jedes ding wolle ran wir bauen das ding aus der wolle bis zum rum geht das natürlich nein 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 das suche ich ein anderes holz ich habe jetzt aber doch aber so ist die regel ja ok jetzt kommt das ist alles auch gut aber das wollte gerade sagen das sollte vielleicht mal ein anderes holz sein weil alles was hier gebraucht ist richtig richtig weil deswegen deswegen ist ich bin gleich weil ich werde die weg zurück nicht malach geht das ist mal lachit ohr brauchen wir dann um das kommende landstab zu bauen das ist auch das ist auch das ist auch kaum mal lachit war oder ich ja kaum was war eine konnte finden wollen wir hier nicht raus ist das der tour was sind eigentlich die bluestone star weiß dass jemand das ist ja so kugeln diesen bluestem ganz zu machen eine krisse muss mal irgendwo hier rumliegen aus dem kopf nichts machen ein gut ein gut ein gut ein gut 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 nämlich das mein weg zurück zu euch damit ich hier noch ist wir auch mal im marke setzen ja ich habe es in der ding war dass ich es nicht gesucht hat oder die drinnen zwei drachen eier hast du gerade eine kiste gefunden ich weiß auch gesagt nicht in welche richtung ist gegangen bin musste ich sagen und hier denken es meine ich die drachen eier durch die mine durch aber du kannst ein drachen eier wenn du willst ich habe schon mindestens vier stück ich habe ja von von karten anscheinend gekriegt ja ich brauche bei 1 zu meinem altar also ich werde mein drachen eier nicht ausbrüten dann kommt er in der drachen eier besorgen und das dann ausbrüten das funktioniert nicht mit den dragon mounds habe schon ausgetestet ist die kannst du nicht sagen das ist und jetzt irgendwie nicht mehr zurück geht ja wahrscheinlich auch genauso wie mir ich wollte gerade sagen ja wahrscheinlich nicht wieder zurückfinden ich hatte doch gerade noch gehabt ich war hier und jetzt weg ich war hier und dann noch brauche ich nicht ich sehe namen von euch ich bin eine oberfläche gefunden was mich gefunden weil sie ja auch nicht gefunden also schon nicht ich bin es bohner stinken ich hoffe das hat jetzt dann macht man zu sein aber so der hat ein geiler geschleim die sommer ein die nehmt mit dem ist zu radium und ich mitnehmen kommt hier muss ich mal so was die licht dran machen hier stelle ich habe holz ich hoffe es reicht jetzt fast zwei stecks von der ockwood die mine ja ich bin oben an der oberfläche ach so ich weiß ich wusste jetzt wieder raus die strahl ist weit nach oben bauen dann wieder runterkommen ja ich sollte auch mal ich habe das mache ich immer den viele ich gehe immer eine mine rein und denke ich noch einen gang und noch einen gang und noch einen gang und noch einen gang ach scheiße wo war ich gewesen hier war ich schon und hier auch und hier auch ich sehe den namen von euch also ich bin gerade beim portal wenn ihr meinen namen seht dann seid ihr richtig sollt ihr koordinat vom portal sagen moment ich mache mir gerade zwei kisten warte kann ich dir sagen 123 oder 127 und 974 27 974 gerade aber noch das finden wo die ich habe ja doch ich habe eigentlich die koordinaten wo ich meinen marker gesetzt hatte für das einer portal aber ich finde selbst zum ender portal nicht mehr wo ist denn das habt ihr das mit stein hier zugebaut eigentlich nicht kam ich bin unschuldig hoffe ich weil es ja aussieht als ob das irgendwie stein zugebaut hat die einzelne gänge habe ich nicht getan haben keine steine gebaut da bist du wahrscheinlich eher in der nähe ja das ist doch mit kabel gebaut ich sterbe nein doch nicht kurz vor dem ende stirbst du ich habe ich habe einen anderen gang der exakt genau so gleich aussah bin ich lang gegangen wie geil sieht das denn aus pinewood planks planks ja danke für kissen den ganzen müll mal reinlegen den ganzen müll dann reinzulegen wie eisscharts und das eisscharts sehen geil aus geil sieht sie aus ja aber die brauche ich gerade nicht okay äpfel behalte ich mal hallo team rot hallo team nennt sie alle möglichen schandtaten guck ich zeige ich mal das kommt pass auf ich leg mal hier die perle rein in die kiste so sie die aus und weg habe ich habe sie weggenommen hier ist das gut ist jetzt in meinem inventar nein ja ja wo ist er war dann noch mal hier zack da ich muss noch lernen dass ich ähm mäßigen technik color classes für auch wenn wir leute 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 in der portal was ist da los wenn wir langsam mal basteln könnt ihr da ich sehe es könnte ich habe da vielleicht weg machen mich das ist das ganze holz hier anzündet einfach nur wo ist das ganze feine gut damit ich bisschen was mitbauen kann hier also warte ich schmeißen bisschen was sind ja ich glaube er macht da teils euch auf ist ins deck da hast du die hälfte das spiel nicht muss so viel platz machen wie möglich aber so viel behalten die hinterher ich brauche das nicht hier ist aber hier den gang hier noch zuhören brauchen bestimmt noch die decke fehlt halt noch die decke okay dann fliege ich mal ganz weit an die decke okay so werde die jetzt die kisten aufgestellt die kisten mitgebracht aus dem nether aus dem was aus dem nether gleich du warst aber weit weg was ziemlich schnell wieder hier habe ich angestrengt so soll jetzt habe ich da ja aufgelaufen dann macht ihr das alles fertig das peinputz sieht gut aus ja finde ich auch ja fehlt noch ist nach dem boden glaube ich ein kleiden jetzt stimmt müssen wir eine abhacken oder würdest du es einfach nur rauf sitzen abhacken ist besser was den boden abhacken das wollten wir den boden jetzt weg machen wir müssen von ein seiten aus über fischlinge noch einer ja auch hier unter dem portal müsste gucken aber jetzt das ganze was ich habe getötet geworden ich bin wirklich gewollt pass auf wenn du dich erst mal zurück der französisch getötet was nicht du das ist okay ich werde so gemacht kein punkt okay dann kleiden wir mal hier hier ist ein silberfisch drinne geh weg mach ihn kaputt du sollst ihn einfach nur töten ja aber die sind hässlich karten hat vorhin schon wieder seinen rapier gezückt aber das reicht mir der spitze zu schlagen ja stimmt tschuldigung ich reagiere halt wieder über da wäre schon wieder ein team kill auf dein konto geworden das machen wir aus dem boden jetzt weil ich glaube ich weiß nicht ob das pineapple jetzt noch rein ja ich habe noch genug ich hab noch genug ich hab auch noch das weg ja ja ok dann meistens aussehen gleich wieder die wolle brauche ich krass mich nicht das das bräuchte nicht das und lassen dann da nicht dass alte sie blöcke schmelzen noch noch man nicht so viele blöcke falsch du stehst im weg draußen ja ja sehr gut klemmt bei team rot stimmt glaube ich war stellte ist noch unter der treppe ist glaube ich noch nicht ganz komplett war nicht sein kann man die tür wieder aufnehmen ich habe keinen platz mehr im winter jetzt hatte man hat platz hier weil ich glaube jetzt ist fertig und die heizfolie da auch nicht das ist ein ganz spannender belegen dann getötet wir finden wir so viel im länder dass wir so viel platz brauchen ich komme jetzt mal so neisentür anstatt einer holz ich dachte das war gäste einer drachen sind wichtig richtig und gibt es noch einmal kommt es war nicht wieder näher doch recht verspott danach den kann man auch noch reingeht den kannst du es einmal killen was machst du das heißt ja machen kurze kampf aufteilung wer schlägt wer script ich wollte was bitte ich schlage ich schlage aber ich ich habe ändern dass ich schon mal endstone das ist ein bisschen er hat jemand ein besseres schwert als ich wäre nicht schwert nimmt weil das wäre doch ab hier aber ich hätte noch ein skräger über den darf darf jetzt nicht irgendeiner nehmen ich habe jetzt acht attack der menschen entwicklung ist den boss behaken dass das erstmal alles was ich brauchst hier damit wir mit dem ding hier genau rechtsklick auf den boss machen genau klicken zu tode ich soll alles hier lassen was ich nicht brauche ich brauche genau braucht noch wenn das verstärkt mein ganzes stein so was kannst du hier lassen da wieder raus wir kommen gar nicht mehr raus sie ist ja wie gesagt die nicht mehr brauchst in dieser zeit ach so nö da muss ich alles mitnehmen ach so wir kommen da gar nicht mehr zurück in die wir kommen am sport raus glaube ich ja klar ja 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 mit uns mit items was wir mit haben ja es geht darum wir brauchen ja platz für die schuppen mensch erschreckt mich da nicht so ja okay die schuppen sind mitnehmen um gottes will ich weiß nicht wie viel gehen power das dem brauche aber hatten wir brauchst du was mein ganzes ist vor sich jetzt wirklich schauen aber ich weiß es nicht weil man das ist leer also drei viertel mit das leer lass mich mal meine 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 mädchen drei viertel ist dann nimm du doch den scheiß schaber daheim mussten du ja nur wenn ich bezahlst also jetzt seid ihr bereit an die jetzt das letzte rein warte 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 okay okay kannst man okay wusch wer will zuerst ich hab angst ich will auf drei alle zusammen wir machen es zusammen eins zwei drei wow äh lol jetzt da ich bin auch durchgefallen oh man oh Endstone wir fänden eigentlich zuhause als Endstone bauen by the way der scheiß Enderdrache ist schon hier wow lol am Arsch mach das doch ja er hat mich an er hat erstmal fünf herzen abgezogen die sau wow 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 was machen wir jetzt das ist lustig was brauchen wir alles schuppen geh du die schuppen holen ich warte hier ah stimmt ja naja danke toll ich mach die ding kaputt damit ich nicht mehr regenerieren kann wieso kann man hier nicht fliegen ja kann man doch ich fliege du musst ja einfach nur auf diese komischen augenschießen diese komischen regenerationsding am bogen was ist mit den kann ich die nicht so killen ach so hast du schon okay alles klar ich habe drei erledigt gerade ok sind alle weg ich weiß es nicht ich sehe noch da drüben sind noch welche ich sehe sie gerade nicht wenn sie wieder schreit in der achten killt da ist unter mir was ich gerade in der ende nachkommt oh ne geht doch mich kann das sein dass wir bloß ein was ist doch bloß einer da oder sind es mehrere ein ender dach und einer nur einer haben wir alle heil dinge ich soweit ich weiß ja können wir jetzt schuppen gehen dann können wir schuppen dach komm her kommen drüben männer mit schönen hüten die hitbox von dem drachen entschuldige weil wir musik was anderes machen damit kann ein storm was ist bei euch der ist schneller als ich ja wo ist der wo ist die hitbox von dem drachen einfach ein bisschen getroffen ja habt ihr schon alle dinge kaputt gemacht ja ich glaube schon habt ihr schon geschuppen ich habe gerade drei wir sind gerade dabei wie er die enderviecher zurück wegstößt wir können auch später noch was brauchen wir denn eigentlich endstone wo ist der drache ich fliege hinterher aber das bringt irgendwie nix warum wir wollen es brauchen um den netherstab zu bauen für das land für den stab aus den stone ich nehme mal so viel mit weil wir weiß wenn wir jetzt nicht mehr hinkommen hat er einen rückstoß hat er dich gebissen hast du die schuppen aufgesammelt oder sind die runtergeflogen die sind runtergeflogen aber ich habe einen ich habe jetzt ich mache noch die reihe fertig dann komme ich mit kämpfen hast du einen scrapper ja ich habe gerade mal vier schuppen ich habe noch gar keine ich treffe ihn einfach nicht ja der fliegt immer davon wir müssen dann wieder einkreisen nicht alle hinterher fliegen ich versuche immer schon von der anderen richtung hin zu fliegen aber trotzdem der fliegt immer dann in die richtung wo ich nicht hinkomme wo ist er denn da kommt zu dir in der Mitte so etwa ist das ein Mistvieh da kommt da ja es ist ja ich habe ihn auch getroffen ich habe keine Schuppen bekommen die fallen runter hier bei mir komm 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 zu knapp ich habe einige Schuppen schon wie ist noch eine Enderperle ich denke immer nur Luft drei Schuppen habe ich du kommst jetzt auf den Zug wow lol da unten liegen die ganzen Schuppen naja sehr schön ich habe sie aufgesammelt eine Schuppe ich habe sieben komm herunter du bist viel ich habe fünf wo ist er komm her du Drache da ist er da ist er da ist er oh hat er auch weg ich hole mir die Schuppen mach die oben weiter ich bin mir starker Damage ja ey ist ja schnell da sind es alles von Ende hab ihn hab ihn ich habe ja auch einen getroffen ich gehe Schuppen sammeln oder gehst du ok ich gehe schon wenn ihr voll seid dann sammle ich Schuppeln auf ja schuppeln 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 sammle ich hier fliegen die ganze Zeit runter das heißt dann woanders die hängen immer in der Ecken glaube ich hä wo sie hängen ich sehe nicht mehr ja und wenn es geht nicht als Enderman verwandeln ja ne als einer Drache als einer Drache das geht nicht Boss-Mops sind ausgeschalten ach schade ich finde die Schuppeln ich hab wohl ja noch ne sind sie weg bobobobo ich muss grad ganz viel unten ja da muss jetzt ganz viel liegen wo ist es wo ist es wir töten den Enderman Drachen er kommt wieder ne er kommt nicht auf mich zu schade ach ne ok ok du müsst wie erst mal ein Brot essen da er kommt auf mich zu er kommt auf mich zu ich bin fast ja ich hab ihn nicht hab ihn nicht angreifen können ich hab er erst vier Schuppen äh ich hab ein halbes ein Meter voll ich brauch noch zwei einen noch dann bin ich voll jetzt komm hin und ist vier also warum ist das so schnell Vorsicht ja ok ich glaube er ist auf Karten gegangen Leute mach die nicht aus sie sind tot ne ich hab ihn ganz aufgetroffen jetzt bis zum Beispiel schau mal auf die Leiste wie viele also ich bin fast voll ich kann noch eine Schuppe tragen na ich kann auch nicht mehr fehlen ich muss ganz kurz noch die Reste da nicht ok hab noch mal getroffen Enderman brauchen wir auch nicht ich wag gleich auch mehr doch kommen wir noch haben eigentlich ok ich kann noch mal nie genug haben au scheiß drache ich weiß nicht ob meine luggage voll ist ich kann die mal kurz mal herstellen meine Dings ist voll meine Meta stimmt die Lagerchatt hätte man auch mitnehmen können verdammt meine Meta ist voll kann man jemand die zwei Endermaner hier weg tun äh lol ich nehme mal auch ein bisschen Endsteil mit ja ich komme ich komme ich habe ich habe 1,2,3,4,5,6,7 Stacks ne ist voll scheiße ich nehme auch noch mal ein Stack mit aua kreis drache hey du wies viel was denkst du wie viel wir brauchen davon meinen Schuppen ich weiß nicht wie viel Essen das Ding braucht das Ding ist riesig damit brauchen wir die Zellen davon um das äh den Kristall herzustellen wie sieht zeitmäßig aus? hat jemand da ein Auge drauf? wir haben noch 9 Minuten 1 in 20 haben wir erst BOOM lol ok warum ist das so schnell? ich weiß egal warum guck die Schuppen nicht wo sie liegen? ich guck gerade versuche ich zu schuppen aber jetzt kommt er 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 ah ja Geek da ich sammle noch paar Perlen wo 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 wo? ich glaube wir haben sie sogar im Krieg auch doch hier ist sie hier hinter dir hier hier unten du mal die Endermänner weg warum? ja ne weil ich nicht will dass sie sich rumziehen äh wie waren die gestackt die Schuppen? nein nein die nicht das ist alles kaputt das ist irgendwie ein volles Inventar das ist irgendwie ein volles Inventar das ist irgendwie ein volles Inventar nach Schuppen weiß ich was ich mitnehmen kann nämlich jetzt noch mit ich lege jetzt dafür andere Sachen weg ja schon mal getroffen ja schon gesehen kam jetzt auch meine mit das leider auch voll ich hab meine mit das voll meins ist auch voll aber ich hab noch Platz eigentlich okay dann wow verdammt ich hab dir denn warum? ja ich hatte gerade mal ich glaube nicht ausgerüst 9 18 23 das reicht also hier unten liegen noch ja dann töten wir naja ich würde ihn liegen noch cool ich will ihn anbumsen komm her zu mir er kommt auf mich zu 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 komm her komm her ha ha hör mit Bogen er kommt er kommt er kommt er kommt er macht kaum Schaden mit dem Bogen ähm nicht mal im Rapier was waren wir mit dem Enter-Ei? wollen wir das hinter Glasverbiegel irgendwo aufstellen? äh Gemeinschaftshaus boah wir müssen bloß auffassen dass wir uns nicht gegen solche Stöten ich lass mal lieber Karten machen wir an hab ihn hab ihn yeah runterstellen 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 wegxp achso in dem Action-Rillade wurde ja gerade gesagt ne irgendwie das da na dann jetzt da ist es was auch nicht rein im frontal alter krass mega heftige EP geil 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 50 Level 60 so ok das betrachten kann man nur abfangen wenn wir einen einen Pisten hätten ne hat keiner mit der Scheiße ne da müssen wir nochmal reingen ist auch kein Ding so ich würde ihn gerne nochmal wir müssen dann gucken wieviel gehen wir äh auf die reichen ich schätze mal dass man auch sonst einfach nicht sehen kann dass wir einen Spawn einmal vorwache oder so nehmen wir einfach mal noch eine Runde Enter in meiner Farm gleich weil damit wir uns kleines Sekt oder so mitmachen und wir immer dabei sind wenn die manchmal so nicht zu mir kommen würden dann kann man sich da gleich sparen hinzulaufen zu denen können können es brauchen die wieder oder sind die irgendwann die respawn schade das ganze Ende oh hier ist ein Enderman und ein Enderman auf dem Kopf komm ja los den Hut will ich los bleib stehen ich hab dich nicht wo bist du wo ist er hin wo ist er hin lol einer ist gerade auch weg ich würde ihn gerade schlagen er hat sich geportet wie eine Sau komm das war ein mega 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 awesome Hut ja das ist die Beine schlagen im geporten da ist er ne da ist er nicht da ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn nein nein er ist meine doch ne tut mir leid Nancy jetzt hast du es in Köln gleich was ist er los dann hätten wir jetzt schon 3 Dark Hight aber 4 hast dann wenn Kaden nicht dazu gesellt so da kann ich mir auch meine death chest endlich bauen stimmt ja mit so viel Ender Augen das ist geil das ist doch praktisch grad hier ja das müssen wir voll ausnutzen wenn wir schon hier sind bei einigen hauswürfen äh über die zufrieden und killste von oben die können eh nicht hochgehen ja oh ich hätte hier noch schuppen will jemand äh habt ihr Enderman eigentlich schon geschuppelt äh ja ja mit der der andere gest kiss chest das Teleporter gegen gebs halt noch aber auch aber auch aber er hat mich weg zu porten bei Ender Augen nein wie viel hast du? 2 ich hab 11 11 ich hab auch 11 ich hab noch Schuppen siehst doch ne echte ganze Zeit wieder ist ja eklig warum du könnt ihr doch auch alles antun wenn du es liebst schon richtig trotzdem ist das eklig ich mein spät mal ein Feuerschaden das ist halt das dumme halt ein klein schick nervig aber sonst hier ist ein Enderman mit einem Dino obendrauf dann habe ich aber schon ja dann nehme ich den mir danke ja mach los hab ich schon war direkt vor dir oh Nancy okay ab jetzt kann man nochmal mit Hut töten wir hoffen kann ich mal mit Hut töten ab jetzt okay ach du scheiße ähm ich hab ich hab jetzt aber gerade jemanden getötet mit Hut glaube ich weil der hat eine Brille auf ist das das gleiche? was macht man jetzt? ja du hast jetzt dein Zeug verloren wir gucken jetzt was einsammeln können ähm hast du die Dead Endfestation im Geburt gehabt? ähm die Frage ist natürlich ich weiß jetzt nicht ob ich zu euch zurück kann die Strafe dreht der ersten Kraft seitdem wir fertig in der Aufung genommen haben okay kann mir jemand meine Sachen mitnehmen? ich suche es gerade ich suche gerade deinen Grabstein bist du in der Luft gestoppt oder am Boden? auf dem Boden da drüben ich sehe den Grabstein weil dann bleibe ich nämlich hier das ist ja Quatsch aber wir haben ja keinen Platz ich wollte gerade sagen wir haben ja gar keinen Platz dafür aber ich hab da so eine Portable Bumstings Kiste da können wir wenigstens mal wenn es geht äh müssen wir kurz die Dead Ender weg machen da tut er einfach irgendwas rausschmeißen und packt einfach meine mein Schwert und mein ich weiß schon das andere kann ich schon auch machen wie er zählt also man kann die Pickaxe und das Schwert macht die einfach auf packt irgendwas raus und packt das Schwert und das die Pickaxe rein die Pinke wie bist du gestorben? Nenderman Nenderman ich meine ja hast du nicht auf deine Namen geachtet weil es kann möglich sein wie ist es aber ehrlich gesagt nicht aber du kriegst hier quasi nur bei der volle HP du kriegst hier quasi nur bei der volle HP du kriegst ja direkt die plus 5 HP vom Iron Golem obendrauf also irgendwie im Grunde hab ich 14 Level und hab äh mir fehlen 3 HP und 4 Essen ich hab noch gar nicht gemacht hm wie weit sind wir eigentlich mit der Folge übrigens ja 28 also ich baue jetzt das Grad von den NC ab und wir springen noch aus dem Portal raus ja ok nimm einfach die Luggage Luggage pack Luggage pack Luggage pack Packs Luggage pack verloren in meiner person fliegen wenn ich die gene voller mal könnte ich doch gar nicht mit meiner person fliegen ist doch also karten verliert man eigentlich nicht oder eigentlich schon okay den haben wir es noch ja also ich brauche auf jeden fall die gene ja karten kannst immer so eine blutspritze abziehen von der von den gehen für ersatz ja ich habe mir jetzt daheim sogar zwei zeit mäßig haben wir sind jetzt auch noch ja 29 ja ist auch eine machen okay okay ja bis